Moins und Leid und Herzlich Willkommen zu Let's Play The Voice But World. Wir haben uns Moloch-Eil-Lutzen-Part gezeigt. Ja, ich wollte eigentlich unbedingt labern, vielleicht kann ich ihm nur die Töppe abluxen. Ähm... Netastus hier... Okay. Äh... Okay, ich glaub nicht. Schuss drauf. Kann ich die Kerzen eigentlich alle auspusten? Oh Gott, ich muss die jetzt alle auspusten. Ich mein, immerhin macht er sie nicht wieder an, das ist schon mal... ...gut, das hilft uns nachher. Oh, dann blasen wir dir deinen Weg, Sidewick. Einen kleinen Kugelspot. Dann nochmal hier, ein bisschen blasi-blasi. Oh Gott, das macht er jetzt bitte automatisch für den ganzen Scheiß hier hin. Der ist ein Yucky. Okay. Ups. Ich könnte die Kerzen nochmal auspusten. Perfekt, mann, wir machen uns hier einfach zappen Luster. Boah, der hört ja richtig Kraft in der Lunge, das Sidewick. Leco mio ascho blanco. Pluff, pluff. Puh. Oh Gott, ich muss jetzt überall langlatschen. Puh. Okay, say. Ne, 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 ich gehs mal nochmal hier rein. Kann ich mir die leider nochmal snacken. Schlüssel, ich bin mal da unten, Junge. Kommst nicht wieder hoch. Und denn, ich müsste ja noch was erledigen. Wir haben's doch piepsen gehört im Bett, ne? Ich hab doch jetzt ne Kerze. Und da oben war's ja relativ dunkel, wenn man meinen. Hallo, schwingst du mal deinen Arsch schlicht wo nach oben? Nach oben zum Fenster am besten. Leider Fenster. Dann kann ich nämlich da ein Licht entzünden und dann müsste da wahrscheinlich ein Yucky drunter sein. Warum auch immer ausgerechnet da. Wahrscheinlich, weil's schon warm ist. Joa. Schwupp, schwupp. Kleine Babykugeln. Kugel, Kugel, Babykugel. Klingt wie ein scheiß Huhn. So, erstmal. Le Fleu, Le Flamme. Flammbot. Nice. Du kannst die Kerze anfackeln. Mit Spott. Sei nicht traurig, Spott. Jedes Licht erlischt irgendwann einmal. Nett. Nagel? Ja, das wäre ein hervorragender Platz für die Kerze. Boah, ich wollte eigentlich immer den Scheiß mitnehmen. Okay, gut. Spott. Kerze. 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 Alter. Ich hab den Jungen genommen und ich möchte die scheiß Kerze anfangen. Was ist jetzt das scheiß Problem? Nimm, Spott, und fackel die scheiß Kerze ab. Was ist das doch? Hier, kleiner Yucky. Wie gechillt der geht. Kann ich die Kerze jetzt wieder mitnehmen? So. Just for the... Ich lasse sie lieber hier. Ich will nicht, dass ich noch ein Yucky unter dem Bett einnistet. Okay, der Einwand ist genehmigt. Das hat er nicht bekommen, dass er so ein kleines Chicken mal eben durch sein krasses Vorzimmer macht. Also okay, alles klar. Ciao. Ähm. Da ist es jetzt Zappenbooster. Da brauche ich's nicht Zappenbooster machen. Das kann schön anbleiben. Ebenso da. Da kann auch Licht und Wärme sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Oh Gott, ich darf jetzt über lang latschen und alles ausblasen. In dein fucking Ernst. Ja gut, das kann da auch anbleiben. Das ist mir eigentlich ganz recht. Dann gehen die nicht da rein. Ich puste hier, ich puste dort, ich puste tausendmal besser. Was ist der dunkle Lord? Ist das der? Die Kerzen krieg ich jetzt hier nicht ausgeblasen. Oder muss ich die hier triggern, damit die da alle irgendwie hier im Kreis von, keine Ahnung, wieviel Kilometer... Boah, perfekt, Junge. Boah, ist das hier ne Arbeit. Plüsch, plüsch. Stell dir mal vor, ich hätte es vorgemacht. Wird ein bisschen krank gewesen. Unser Feuerspot. Guckt uns das nur an und denkt sich so, what the fuck, man? Ich muss die Schüssel noch wieder anmachen, oder was? Boah, kannst du jetzt einmal den ganzen Steg... Gute Nacht, Mama. Oh, das ist traurig. Kleiner Ammer. Sadwick. Gute Nacht, Mama. Ja, die Mama, die ist oben. Und die wacht über dich mal kürzer. Nur versprochen. Boah, zappenduster ist es hier. Mit den Kerzen, Vasen, Birn, schicker, muss ich zugeben. Aber so ist es normal. Wir müssen jetzt hier... in Bandos Haus und dann... Du Irsch. Hab ich denn jetzt überhaupt alle von diesen... Viechern? Hier war ja nix. Wir machen mal... Kugelspot. Da ist ein Yaki. Kommst du mit? Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Warum? Muss ich den jetzt irgendwie bezuchzen? Da ist der Kleine. Angucken nur. Warum nicht? Sport. Kannst du aufpassen, dass der Yaki nicht im Fass auftaucht? Nein, war klar. Warum nicht? Muss ich irgendwann anders... Aber die Maus kann das machen. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Warum nicht? Hm. 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 Kann ich das mal weg? Ich überlege gerade, ob ich den Feuerspot mache und dann... Ich wüsste nicht wozu. Die schilderte ihn offenbar nur... Okay, gut. Dann nicht. Muss ich wahrscheinlich was triggern, ne? So, just for the lols. Kannst du aufpassen, dass der Yaki nicht im Fass auftaucht? Nein, war klar. Warum nicht? Warte mal, kann ich sonst den benutzen? Ja, perfekt. Na, Arschkrampen, alles gut. Ich nehm dich jetzt mit. Flupp. Hey. Ah, klar, ist auch kein Problem. Schon mal was von der Axt und Weile gehört. Nämlich ich. Ich mach jetzt hier den Mast kaputt, Junge. Ja, du kannst jetzt da hinten. Das ist kein Problem. Ich mach trotzdem den scheiß Wegweiser kaputt. Wär jetzt keines auch machen. Weil du ein paar Sachen im Kopf hast, ne? Das ist noch richtig gut. So, jetzt geh ich da hinten. Und ich hoffe, das war's, dass das Vieh da hinten ist. So, den Schranktypi hab ich. Das Bettvieh hab ich. Dann das da. Da müssen wir mal gucken, wie viele das dann sind. Oh, guck mal, macht er von alleine. Perfekt. Und was das blöde ist, eigentlich hätte ich ihn da lassen können und mir die anderen schnappen. Und dann hätten wir ne kleine Nachtwanderung gemacht. Aber gut. Der muss ja erstmal zu seiner Familie. Kann ich ja auch verstehen, nicht? So. Ciao, Spot. Eins, zwei, drei, vier. Es sind fünf kleine Dicke. Oh, die sind eigentlich süß, finde ich. Die da so im Ratzen sind, ne? Mit den Yakis. Die hätten noch so'n Faible mit dem kleinen Kugelspot. Aufstehen. Komm, aufstehen. Guck mal, Spot. Ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Aufstehen, ihr kleinen Dicke. Ah. Nanu, Yakis scheint wie hypnotisiert von den fünf Minispots. Na dann kann es ja losgehen. Ja, dann wollen wir mal los. Oh, die wollen sie jetzt essen oder was? Ah, wenn die fünf auf die fünf treffen. Ich hätte schon, ich muss noch weitere fünf sammeln. So. So, hoch. Hier durch. Da durch. Wir machen jetzt so'n Kindchen. Wir machen jetzt eine schöne Wanderung, meine Kleinen, ne? Wunderbärchen. Die tappern auch hinter uns her. Das ist sehr gut. Braucht keine Angst haben. Muddy ist da. Ja, meine Kleinen, ne? Wo seid ihr? Wo sind meine kleinen Entenküken? Perfekt. Wir haben auch noch so geile Mucke. Da sind die kurzen. Sehr schön. Hier geht mal vor. Ja. Süß. Ich hab auch noch ein Zettel. Kann ich den da immer noch dran machen oder geht das nicht? Statue. Fünf Noten und fünf Arme. Hm. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier was spielen muss. Was meinst du? Ne, dann haben wir ein Problemchenwahl. Na gut. Aber mit welchem Yaki soll ich anfangen? Ist das ein Problem? Ich weiß es nicht, weil ich auf diesen magischen Zettel nicht guck. Ah! Jetzt kann ich gucken. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Halt! Nimm nicht die Hand weg. Dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Kann ich auch, aber müssen wir jetzt grad nicht tun. Ähm. Hallo Handy? Danke. Ich muss mir das einmal abfotografieren. So. Check. Ähm. C. D. E. F. G. Im Prinzip, das müsste das erste sein. Dann da. Dann... Du gehst eins runter. Dann du und dann du. Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Wir probieren jetzt mal aus. Du da. Dann... Das war ja ganz oben. Dann kommt der nächste eins runter. Dann kommst du. Dann... Dann... Kommt tatsächlich der... Hier. Und dann du ganz unten. Nein. Er wird verkackt. Wenn du jetzt hier ganz oben... Ach. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ja. Alles klar. Wo ist mein Taktstock? Hallo Taktstock? Ich bin blöd. Erst der. Dann der linke. Dann der ganz unten. Dann der. Ja. Um dann den hier zu nehmen. Nicht mal richtig Noten lesen kriege ich hin. Boah. Alter. Ja. Warte mal wer Kalida ist. Richtig. Die Insel. Deswegen wollten die ja auch nicht, dass die da so am Pennen liegen. Dass die da wach werden. Ja. Weil die so schön... Da weiterhin rumgammeln. Das ist Kalida. Und so kam es, dass Sedgwick seine Reise auf dem Rücken des riesigen Vogels fortsetzte, der einst eine Insel war. Oh, da wird man lohnt. Schließlich hatte er Kalida gefunden. Was ist passiert? Bin ich tot? Nein, Sedgwick. Du schläfst nur. Ich weiß, du bist nicht wirklich. Das alles hier ist nichts weiter als ein böser Traum. Ich bin realer als du denkst. Schon sehr bald werden wir zusammen treffen. Und dann wirst du deine Bestimmung erfüllen. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du glaubst noch immer, dass du es aufhalten kannst. Aber alles, was du erreichst, ist Zerstörung. Jede deiner Taten bringt dich dem Ende näher. Nein, du lügst. Das... Das ist alles deine Schuld. Es ist bald soweit. Das Ende steht kurz bevor. Erwache! Lol, okay. Kapitel 3. Der hätte ich ne Aufsteh-Animation ganz schick gefunden. Ist das immer noch mein Albtraum? Ja, so gesehen würde ich mal sagen... Ach! Guck mal an Totenschädel. Sino-Spot. Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Das möchte ich... Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Er scheint keinen Weg hinauf zu führen. Kalidas Erwachen. Beende Kapitel 2. Haben wir geschafft. Danke für die Errungenschaft. Hohlbein. Ich glaube das war die Gesandten. Da hattest du das nämlich auch mit dem Schädel. Das... Je nachdem wie du perspektivisch guckst, hast du da irgendwas Verzerrtes. Aber wenn du halt richtig schräg schaust zum Beispiel, hast du dann den richtigen Totenschädel. Das ist cool gemacht. Laternen. Ich habe hier Rebel. Ich habe hier Laternen. Kann ich Laternen mitnehmen? Laternen war schön. Laternen ist wahr. Nein, ich bin allergisch gegen Lampions. Das ist zwar psychosomatisch, aber darum ist es trotzdem eine echte Krankheit. Ein bisschen kleiner Hypochon da. So, dann schieben wir die Scheiße wieder zusammen und gucken uns eben nochmal auf der anderen Seite um. Da ist das Schloss und hier sind die Laternen, aber da bist du ja auch wie gesagt... Oh Stein, wir müssen mitnehmen. Stein. Podest. Hm, nichts. Tor, da werden wir nicht aufkriegen. Wir müssen sehr wahrscheinlich ja was mit den Hebeln machen, würde ich mal behaupten. Nur weiß ich nicht, wofür sind die. Sind die jetzt für diesen Schädel hier, das wir dann ja müssen? Ja, 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 gleich Alarm. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, was passiert. Okay, ich glaube, das wird jetzt stehen. Das gucken wir uns im nächsten Part an. Ich wünsche dir einfach viel Spaß und wait! Ich mache mich da.